Wenn dann die anderen dazukommen, um sich ein letztes Mal zu verabschieden, wird sich dann einfach da auch so ein Kopfende von dem Grab stellen. Ich glaube, das Grab ist ja jetzt draußen, oder? Das war nicht in dem Zelt. Genau, draußen hinter dem Zelt und da könnte dann so ein kleines Grab gebuddelt haben, was dann tief genug ist. Die Leute aus unserem Kommando-Trupp stellen sich in so einem Halbkreis, in so einem Rohhornsrad auf und es wird plötzlich ganz still und macht auch das Gefühl, dass plötzlich weniger Geschrei aus dem umliegenden Dschungel kommt. Irgendwo setzt sich in der Ferne ein schwarzer Vogel auf einen der Dschungelbäume. Ein Rabe kann es eigentlich nicht sein, weil gibt es die hier überhaupt? Und dann beginnt der Verdauß seinen Grabsägen.